Ich hatte eine Vision. Menschen, die brannten. Und alles war zerstört. Es war Athena. Sie war es. Ich war das. Wir passen auf, dass das nicht passiert. Ich hab dich im Ring gesehen. Du bist derjenige, Seiya. Was, wenn ich dir sagen würde, dass Xena hier, die Reinkarnation der Göttin Athena ist. Und du bist auserwählt, sie als Krieger des Zodiak zu beschützen. Wie fühlt es sich an, so als Göttin? Manchmal fühle ich mich nur wie ein Gast in meinem eigenen Körper. Bist du bereit zu trainieren? Der Pegasus-Krieger ist mutig. Demütig. Und bereit, sie mit seinem Leben zu schützen. Wie zur Hölle machst du das? Der Krieg, der uns bevorsteht, wird wie keiner zuvor. Ich muss den Rest von uns vor ihr beschützen. Denkst du, ich wollte das alles hier? Seiya! Seine Stärke ist auch seine Schwäche. Lernt er sie zu beherrschen, wird ihn niemand mehr aufhalten können. Ich denke mal, anschnallen wäre besser. Denkst du, du bist der Einzige hier? Untertitelung. Der Kimmel. Der Kimmel. Vielen Dank.